Ein Ford Car ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Kleinwagen ist dreitürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, ABS und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 69 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 9.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausköbler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017